Servus, grüßt euch. Heute machen wir was ganz altes und zwar einen Essigsaugern-Schweinbraten. Dazu haben wir ca. 250 g Schweinebraten, der einfach überblieben ist und den schneiden wir jetzt gleich. So, nachdem wir den Braten klein geschnitten haben, geben wir den in eine Schüssel. Dazu kommen zwei hotgekarte Eier. Wunderbar. Zwei Radieserl. Wunderbar. Ca. zwei Essiggurkerl. Immer rein damit. Und natürlich eine schöne blaue Zwiebel. So. Jetzt haben wir uns da Essiges hinzu gemacht mit scharfen Senf, Essig, Öl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zucker. Und das kommt jetzt da rein. So. Und jetzt mischen wir den bayerischen Schweinebraten-Salat durch. Und lassen den in den Kühlschrank einmal eine Stunde durchziehen. Schaut her. Hier. Kalter Braten. Mmmh. In einer Essig-Venade. Hier haben wir noch ein bisschen Soß drauf. Ja. Mh. Wunderbar. Und jetzt. Natürlich der Klassiker vom Kuss und ihm gekocht. Eine Petroni-Spitzenglasse. B-B-B-A-L-L-M-E-C-H-I-S-I-W-T-A-Z-A-M-E-S-I-S-I-S-A-M-E-S-T-A-M-E-S-I-S-A-M-E-S-A-M-E-S. Vielen Dank.